Nichts über einige Schritte zum Hals. Brust. Im Arbeitsklapp anreiten, sehlen die Hand, Leitkabel. Seh, langen Kurbel, drei Bögen. Ska, F wechseln, könnte die Verlängung von Ska. Ska, F wechseln, müsste er verlängern. Ska, F aber jetzt drast auswischen. Zwischen A, K und Wettelschrift, K, B wechseln, Zügel aus der Hand hauen lassen. Die E halbe große Tour vor E-Zügel aufnehmen, die Arbeitskraft große Tour halbmalen herum. Vor B, Arbeitsgelob, B, ganze Bahn, K, K, Sprünge verlängern, K, Arbeitsgelob, A, große Tour nach X, Arbeitskraft, A, große Tour, halbmalen herum. X-Touren wechseln, vor C, Arbeitsgelob, K, geradeaus, F, Sprünge verlängern, F, Arbeitsgelob, A, große Tour, da, X, Arbeitskraft, A, geradeaus, K, M, Wechsel, Dritte verlängern, M, Arbeitskraft. Die E-Zügel wieder aufnehmen, hauen Sie sich gerade aus. A, aus der Mitte, X, Halt, Zügel. A, aus der Mitte, E-Zügel. Vielen Dank.